so die kohle die geldgeile schnitte ja die geldgeile schnitte okay wir sollten vielleicht erst wird um schon wieder was gehört ist hier wieder ja das ist ganz praktisch mit der uzi die schneller und mehr muni drin ja genau das wollte ich sagen dass du aber auch immer noch zu laufen hast du einen abgeholt bei du arsch auch guck mal da ist noch einer wie schön hol dir auch ein klatsch ab ich glaube die stehen da drauf hast du gesehen du 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 bäms und bäms und bäms und nachladen da hätten es noch mehr oh das hieß ganz viel was meinst du da sind noch mehr monster gegnertechnisch guck mal rechts auf dem dach da habe ich schon was blinken sehen ah dies ist im entdeck ist als hins wie schutz ihm von wenn er sommer glied in ruhe die 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 ich die richtige witchsc das licht in sich das ist doch schon nennen nicht mit uns so einmal nachladen bitte wir wollten sie aus zumindest vorerst das haben wir irgendwie immer so in parknähe meist viel los aber den kriege ich nicht und das scharfschützengewehr mal leider nicht dabei was erstmal nach links wenden genau und da einfach um die durchlatschen mal gucken vielleicht wenn wir ja damals bekommen davon rechnen ist noch ein zelt da will ich erst ja da kommt es gleich sowieso wieder was aus dem gebüsch gesprungen da kommen wir doch nein wir kommen von dahinten doch wenn du das sagst ich weiß dass es glaub ich es ist egal ob du das jetzt glaubst du dann nicht das ist so hier ist kein loot ja hättest du mal auf mich gehört ne aber nein ist das scheiße dunkel da oben da ist was da hat was gewollt ist zu finden nee weiter hoch musst du denke ich wir waren schon mal auf so einem gebäude und da oben war so eine große holzkiste wo geil hier ich heiße mich in die hose was soll denn das hier ja klar jetzt wo nichts ist kackst du dich an oder wie ich finde das ja cool da haben wir ein bisschen Action hier in der Bude ist da und mit der Taschenlampe das ist richtig geil jetzt komme ich hier nicht hoch hüpf das geht nicht oh da unten ein Groller den können wir uns gleich schnappen siehste hahaha die Schnitte wieder und 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 jetzt gibt er das große Überraschungspaket einmal Crunchybar ist nicht wahr ja geil nicht dein Ernst dafür sind wir hier hochgekrabbelt ey ich glaub das der Kubus der hat mir noch groß und breit erzählt in den Kisten da kriegst immer den besten Loot ja ist auch so gewesen ja Crunchybar ist der beste Loot haha super so wir gehen hier runter oder nicht voll dem Fahrrad Arsch bock mal der fliegt da überm Dach wir müssten eigentlich mal runterholen die beste Aussage ever haha der fliegt überm Dach ey ist nicht wahr ja los jetzt da war doch irgendwo der Crawler holen wir uns den ja wir gehen jetzt erstmal runter so laggy nö bei uns nicht ne das ist nur laggy warte mal wenn du hier die ganze Kacke da an machst das sind die ganzen Teile hier unten ja und äh ja die sind halt ähm die sind äh ja es kommt auch immer darauf an wie sie sind so deine ähm vorlieben beim aufnehmen ist das halt eben auch immer so eine Sache da sollte man tun der zieht sich ordentlich was weg ja warte mal stopp zurück 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 hat da nicht irgendwas geleuchtet da oder ist das das ja das ist das was du geöffnet hast ja schön denn wenn sie denn sie habe ich gar nicht gesehen manchmal findet auch ein blindes Huhn ein Korn kennst du das ist richtig doch das ist richtig okay wir sind auch richtig wie schön da in der Ecke gefällt es mir ja aber ich glaube wir müssen mal langsam in die Seefaison ehrlich ja wir müssen mal ein bisschen was wegbringen und ich möchte wissen was sie uns für eine Waffe bauen können ja dann guck mal wo die nächste ist man das ist hier und dann hat schon mal los ne Westview Westview wir müssen genau in der Richtung okay ja wir gehen jetzt erstmal drumherum da ist einer ah der siehst uns nicht da müsst sich wir hinterher da ist noch mehr hier sind ganz viele also mach dich drauf bereit äh bereite dich drauf vor mach dich drauf gefasst Hey jetzt geht die post ab ui 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 ui� ui 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 uo uh uu uo uu pray umdrehen wie schön das ist warte mal rechts schnell rechts links da genau was ist das klopapierrolle das blut brauchen aber wir haben kein space mehr ja dann auf in die safe zone geht nicht mehr wir haben alles voll und hinter dir hinter mir ja geradeaus und okay das reicht leider nicht mehr wir müssen dann doch mal ein bisschen was weg bringen da sind noch mehr von den viechern kommt schon links war glaube ich noch ein zweiter oder spaß die das kann man aufheben ja wir müssen hier runter sehr nicht schlimm wir gehen in die in die safe zone und dann wir gehen wir sind noch nicht da schütze schatte frau schatze frau doch das ist die kiste das ist die große kiste ja das bringt aber jetzt nichts ich sag ja lass uns nie selbst umgehen und dann kommen wir zurück wir werden zurückkehren ja da hinten läuft noch was ja wir werden aber erstmal kämpfen das ist doch mal den blödsinn sein wir können doch nichts mal aufheben hinter verfällt der kack zu ruhe kann ich mitnehmen das wird nicht einfach hier sind oft die die schreier ja ich halte nach rotlicht ausschau wir müssen da rein die sachen einfach liegen und nicht die sachen wenn ja da liegen lassen weitergehen hast du angst nein ist doch nichts wir brauchen also wir brauchen ja auch platz und was bringt uns das die sachen da rauszuholen und dann verfällt das hinterher weißt du wir sind doch schon in der safe zone oder meckern auf ich mecke doch gar nicht hat mir das erklärt und zwar anständig blablabla das geht doch so sei froh dass du auf diesem schäbigen schreibtischstuhl sitzt mein freund sonst hätte ich dir in dein allerwertesten getreten blablabla nee du bist rotzig ja immer rotz und frechnecke so itupress so was verbimmeln wir denn hier mir doch egal so den hier sel sel yes den rest werden wir nicht verzehren was haben wir denn hier das habe ich doch schon das teil oder habe ich das noch nicht ich habe nee das haben wir noch nicht keine ahnung das haben wir noch nicht ja dann aber das geht auch nicht weiter ich muss irgendwas ablegen und ich weiß nicht was 4354 cash haben wir ja uiuiui da müssen wir aber noch ein bisschen sammeln um irgendwie eine maske zu bekommen oder so wir müssen gucken dass wir jetzt hier was los werden wohl so und die nehmen wir auch mal eben mit wo ist denn der laden jetzt komm jetzt gibt das ding näher aber das geht nicht warte mal wo ist denn dieser kackladen wo wir das verkaufen konnten trade ich weiß nicht ob es das da gibt nee da gibt es sowas nicht ne da können wir gar nichts mehr das war in der großen safe zone ja das gibt es hier nicht da auch nicht bin ich mir nicht sicher nee hier kannst du nur die dinger abgeben ich will ich gucke mal auf der anderen seite auf der anderen seite links vom wohnwagen da ist ja nichts da ist nichts und hier unten ist nur das ding waffen da ist nichts und hier ist nichts also müssen wir verkaufen egal wir verbimmeln die sachen ich darf mich nicht groß bewegen ja wir verbimmeln das einfach warum hängt denn auf einmal mein kabel ich will gucken was wir finden waffen boah alter was haben wir hier klamotten ey das ist eigentlich zu schade um zu verbimmeln aber egal was alle drei ja ich verbimmel das wir kriegen noch neue es ist doch egal wir müssen unseren inventar ein bisschen auf leer machen guck mal hier wir haben zu viel ja da oben links die nein da das können wir noch hier reinpacken da ist auch nicht mehr viel im backpack oben links was ist das da was das davon haben wir auch einiges ja die können wir auch verbimmeln zack gibt auf jeden fall kohle so jetzt nehmen wir das mal hier mit riffle frame und dann nehmen wir das hier mit viermal achso ne das sah so aus ne ich hab wieder mal falsch gelesen macht ja nisch ne das macht doch nichts das ist silencer ups und wo ist denn das andere teil wo ist das andere teil unten hast du verkauft nein ich hab nix verkauft waffenteile hab ich nicht verkauft nicht ein einziges da können wir uns eine machen ich wusste es was ist denn das weiß ich nicht gunsmith wir machen ja eine rab 47 die haben wir doch schon haben wir die nicht hä warte mal ne hier ist ja nix drin aber die rab 47 die haben wir da bin ich mir der rab 47 ich weiß es nicht doch da bin ich mir sicher dass wir die haben äh das ist die klus und da ist die rab 47 aha brauchen wir uns nicht zu bauen das ist schon spielerei spielerei brauchen wir nicht wir können ja mal gucken ob wir sonst noch was zusammengebaut kriegen so kriegen wir hier noch mal rein ja klar ach hier haben wir zwei teile davon damit das hier mal verkauft weg damit dann nimm das da mit und dann gehst du noch mal gucken warte ich muss eben gucken haben wir noch was hier metallrohr mit metallrohr kann man auch um was waffenmäßiges machen ja ich tue ja mal eben hier rein nimm das doch mal mit was das metallrohr ich muss so eben hier weißt du so viel passt zusammen ja oh wow das ist das metallrohr ja okay metallpiepe nimm die mal mit das wird langsam hell super geil schön äh ich glaub da werden wir nicht viel machen können siehst du das oh das wird eine andere Waffe guck mal hier siehste äh ne das ist wieder die RAB 47 RAB irgendwo hin war es die RAB haben wir nicht noch mehr nein ne also wir könnten uns die machen aber halte ich für warte mal warte mal guck nochmal was hättest du denn gern für eine Waffe da wissen wir das nächste mal die fände ich nicht schlecht hier aha da brauchen wir was ne Pistole oder hier oben die was denn das ist das nicht die Ozi ne hier irgendwas ach so ne hier das um hier haben wir das nicht nein ne wir haben das eine Ruhe wir haben nur eine Ruhe das ist doch der Silent Sao oder nicht den haben wir ja das ist ja und dann brauchen wir noch ein anderes wir tun das jetzt alles mal ins global in mit Doddy und dann gehen wir weiter ja genau sonst wären wir ja nie fertig hier geht ja gar nicht entschuldigen so dachte ich da mal so datei mit philosophiert habe ne ne das ist ja schon in Ordnung so aber wir haben wieder ein neues Waffenteil dazu bekommen das ist ja schon mal einiges wert so unser global inventory ist gleich wieder voll äh scheiße diese grüne da ist auch für die ja für der Rapp 47 für der Rapp so wir haben noch 313 die Muni tun wir auch hier rüber was die ist für die Lopez 76 blaue okay äh ich glaube wir haben genug dabei guck mal da unten hast du noch scrollen nochmal runter ähm da die 100 Schuss sind für für die Schrotflinte ach so ja stimmt die brauchen wir dann schon ich will ja schon mal nix gesagt haben ne so die brauchen wir okay dann werden wir mal eben bitte doch mal den Riegel den du da unten drin hast mhm da auf die auf die tanke könnten wir gleich auch noch gehen ja das ist gefährlich da oben ist ein flieger das macht ja nix das heißt ja nicht dass der uns sofort angreift oder aber wir könnten ihn angreifen überlege ich mal du hast den vorhin ganz nah ja direkt mit der tassenlampe angeleuchtet und da war nix geradeaus an der tanke vorbei ist aber noch ein crawler habe ich gesehen mhm okay dann gucken wir erstmal hab ich sehen aber er sieht uns nicht doch hier ist was ah da hört man den Flieger wieder lalalala okay wir haben einen Riegel bekommen der erzieht sich da schön ein da sind ganz viele Crawlers okay let's do it so links direkt da geradeaus tot ist so ich soll haben wenn sie sind so war ach so ich dachte schon mir ist dann nur so aus dem Rüsten mit zu mir liegt nicht wie ich will das so was noch gucken wo bei der Rucksack die Stahl hier hinten rüber wieder ja ich weiß wie ich will komm schon so fertig was kann man noch mal mit dem blut machen da können wir uns Pilen für sehr genau richtig den Rest ganz überhalten hat er nicht noch dort nehmen die Hütte ist uninteressant so wir gehen jetzt mal hier rüber nicht da und hier runter war ja genau wegen dem Lux da vorne auf dem Quatsch schlaf sagt was kann ja ja genau da auf dem da kommt der nächste Freund es macht nix ja 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 ja